Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Wobbecraft. Ich habe mal gedacht, weil wir jetzt schon ein bisschen Geld haben, werde ich mal ein bisschen meine Roboter hier weiterbauen. Und zwar, ich habe mal überlegt, ich kann ja mal bessere Beine bauen. Jetzt sind da MK8 da dran. Dann direkt hier die fetten MK10 da nehmen. Äh, Movement. Logischerweise. Äh, müssen wir erstmal kaufen. Gucken, wie viel kosten die überhaupt? Uh, können wir nicht. MK8, MK9. Okay, MK9 könnte ich auch nehmen, aber wie lohnt sich das? Dann nehme ich lieber, äh, mehr T10 Steine. Was? Bringt auch so viel. Naja, da tun wir mal paar T10 Steine drauf. Klatschen, das war auch mal was. Fahre mal aim, damit das gleichmäßig ist, weil ich ja direkt hier, weil ich habe sogar schon angefangen. Stimmt, genau, ich habe schon angefangen. Hier ein paar von diesen, äh, Teilen dran zu klatschen. Na. Na. Gut, äh, ich würde mal sagen. Ja. Aber noch davon ein paar Stück. Zusammen sind falls nicht. Schätze mal, ja, hier habe ich das gemacht. Ich kann ja, quasi, Verbindungsstück, drei Stücke haben wir noch. Einen haben wir noch, äh, den letzten. Das ist nicht mehr einfach hier. Jetzt haben wir zwei, drei davon. Äh. Da vorne wird das eher Sinn machen. Einen haben wir noch. Einen setzen wir. Hm. Hier hin. Gut. Das war das hier. Das korrigieren. Und jetzt haben wir schon unser ganzes Geld verpulvert. Für. Passt keinen Unterschied. Ja, läuft bei mir. So, machen wir mal Team Letmatch. So. Ich werde jetzt wieder so Dinge zu machen, wobei Zeit überspringen können. Und. Außer, es ist jetzt innerhalb von drei Sekunden fertig, dann brauche ich das natürlich nicht. Aber. Das ist selten der Fall. Obwohl, letzte Zeit eher häufiger. So. Hier hat er geschrieben, ab einem Blutdruck kann ich ja diesen überspringen, Button machen. Was diese diesmal nicht nötig ist. Gut. Konzentrieren wir uns. Ja, der Roboter. Nett, nett. Ein Megabot. Oh, wir haben keinen Medik. Oh. Hat er gerade nur ein Bein? Bleibt bei ihm. Ich bin die Flach. Flach, meine ich. Ich kann kein Deutsch. Aber es ist egal. Na, wo sind die Flugzeuge? Oh, ich hab keinen Medik, ne? Wir haben keinen Medik, wir haben keinen Medik. Weg hier, weg hier. Ach, scheiße, ich bin schon so. Hin. Lustig, das ist mit einem Bein wirklich schon zu gut. War wirklich kein Medik. Oh, das ist ein Wiener. Da muss man CSGO-AIMer hin. Oh, ich hab ihn getroffen, aber sterbe ich, tötte ich nicht. Kann aber nicht sehr wahr sein. Immer auch nicht tot. Die haben ein Sani, wir haben kein Sani. Die haben ein Sani. Hab ich jetzt gerade richtig gesehen. Jetzt ist ja wahrscheinlich der Gegner fast heide gemacht. Ach. Ne, wir haben keinen Sani. Wir haben wirklich keinen Sani. Oh, wir haben doch ein Sani. Der Bau schreibt Schrifte, Alter, keine Sani. Hä? Das ist aber irgendwie ein anderes Symbol. Haben wir ein anderes Symbol? Ja, das ist ein Kreuz. Komisch. Anscheinend ein Bug. Victory. So, aber... Eine mäßige Runde. Besonders, weil ich lockere zwei weitere Kinn können. Können... W-w-w-w-w-w-w-w. Zwei Kinn hätte können. Aber irgendwie... Nicht, weil die so schnell weg waren. Ah, ein bisschen Geld gemacht, natürlich. Ja, etwas. Gut, dann machen wir eine Runde fliegen. Gucken, vielleicht bin ich wieder mein besserer Pilot. Na ja, ich werde wieder mal machen, dass wir hier so ein Überspringen-Button haben. Sollte es länger dauern. So komisch. Schwarze Linie. Seht ihr das auch? So ein schwarzer Bereich. Jetzt eröffnet sich das. Jetzt schließt sich das wieder hier. Das Flockert hier so minimal. Also, es liegt nicht am Video, sondern... Liegt wirklich jetzt. Ist ja ein bisschen hier heller, dunkler. Interessant. Na, wird er nix? Da bin er. Also nicht. Ah, zwei Sani sind sogar in einem Team. Das ist, glaube ich, sogar sehr gut. Wenn die halbwegs intelligent sind, dann läuft es. Da ist das easy win. Aber die sind auch nicht da. Einer ist da. Es ist ja bei denen ein Kreuz. Also schien es vorhin ein Fehler zu sein. Erstmal Höhe gewinnen. Das ungefähr geht da bis. Einfach mal rüberspoilen. Ja, ich treffe mal da aus Glück was. Ich bin... Oh, ich war gegen die Lande. Natürlich. Yippie. Oh, meine Flugkünste. Na, ich habe ihn markiert. Wurde aber auch markiert. Nein, nein, nein. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Ich muss tief fliegen. Oh Gott. Wie fliege ich heute? Bitte. Ich bin heute richtig beschissen unterwegs. Und die treffe ich natürlich nicht. Ah. Fliege sind zu, so der Kopfkopf. Was ist denn, udo? Das ist nicht zu gut. Ich triff ihn dafür fast gar nichts. Gucken ob der Sunny das versteht Ich will, auf der Karte soll auch diese Markierungen sein, damit man direkt auf der Karte sieht, ah, das ist ein Sunny, das ist Plasma, weil, wo soll es die Sunnys? Okay, ich kann noch fliegen, vorhin konnte ich irgendwie nicht fliegen. Ich bin ein Gegner, warum markiert denn keiner? So, kriege ich easy down. Oh, das ist ein Rägen, die ich. Oh, ich habe mich kaputt. gemacht und ich bin down die richtung ist gut die ist richtung ist gut repare mich repare mich gut 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 zwei sind nicht die nicht reparieren die sind nicht taugend halbwegs was weißt du wer hat gestartet aber meine kollegen die markieren auch gar nichts so konnte ich vom spiel holen das wissen fix ihn down jo victory vier kills mit dem flugzeug das läuft der hat mich fast kaputt gekriegt doch ich würde mal sagen das wird Zeit die folge zu beenden gerne einen daumen nach oben lassen kommentare und ein abo wenn ihr werdet bis dahin ciao ciao